Gehst du weg von mir? Ich bin ein Hase. Ich bin ein Hase. Ich bin ein Hase. Und willkommen zurück zu PixArk. Darf ich auch mal ganz kurz eine Runde reiten mit dem Kano? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wo bin ich jetzt im Boden drin? Das sieht ein bisschen strange aus mit dem Zauberstab. Läuft der auch über Bäume? Nee, ne? Ja, ein weißes Zeug rein oder raus. Boah, ist ja heftig. Deine Wortwahl, bitte überlege sie. Sprüh, sprüh, sprüh. Wie sieht das aus? Bei Skorpions macht er die auch locker platt? Ja. Okay, ich will nicht nur, dass er jetzt nicht direkt stirbt bei mir. Hm, hm, ich hab schon ganz viel Skorpioner und Dings getötet. Ähm, ja. Hey, Trike, aus dem Weg. Krass ist der. Nö. Schon geil. Hey, ganz ehrlich, wir müssen uns im Moment noch... Was ist eigentlich mit dem anderen? Ich weiß nicht, was mit Rick eigentlich passiert ist. Oh, oh. Nee, ich meine mit dem, äh, den du gezähmt hast, Korn. Hm, lauf. Den Kanu. Hier ist, da ist so einer drin im Würfelkrieg. Ach, da ist, wir haben zwei so gesehen? Ja. Ja, ja. Da müssen wir unbedingt mal noch, mal so eine Tour machen mit, das ist ja voll cool mit dem Ding hier. Ich wollte ja sagen, falls dir noch einen dritten Zug da unten in der Schlucht, müsste noch einer rumgucken. Ich bleib jetzt hier so, hier drin stehen. Ah. Ja, toll, bleib jetzt. Hier, guck mal, jetzt kannst du den Kanu wieder haben. Nö, 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 nö. Ich parke den mal auf dem Dach oder so. Nö, nö, nö. Hier, so parke ich den jetzt. Der arme kleinen Kanu. Man hat drei Sekunden nicht da und dann besetzen sie ja gleich das Haus. Immer. Bisschen. So, toll, jetzt habe ich noch nicht mal einen Flugsau hier. Alles tot. Wie schnell die alle sterben, ey. Hat da gerade jemand im Hintergrund einen Firefly geworfen? Nein. Was habe ich gerade fliegen gesehen? Ich gehe mal in den Keller, ne? Wenn mich jemand suchen sollte. Tun wir nicht. Ich bin dann mal weg. Ja, wir sind. Viel Spaß. Verlaufe dich nicht. Folg mir hier. Folg mir irgendwas. Ich habe hier. Oh, jetzt ist, oh mein Gott, jetzt ist hier wieder gruselig. So, packen wir mal den Bohrer aus. Wie lange es beim Bohrer bleibt. Kannst du mal mit runterkommen, da kannst du dir mal gucken. Nase bohren. Dann darfst du mal Nase bohren. Aber nicht Eierfrauben, oder? Hab ich nicht, von daher. Achso, den muss man ja mit Öl oder sowas. Ähm, Holzkode. Ja, Kohle. Ja, Kohle, Entschuldigung. Ich weiß Kohle. Ich muss nur irgendwo noch was da haben. Das ist aber ein wunderschöner Vieh in mir. Der hat so schöne Hirne und Zähne. Bennylein? Oder Stone? Wer von euch beiden hat ganz kurz Zeit? Oh, jetzt gibt es wieder was. Achso, das ist eine Frau. Die hat kurz gesagt. Stamen. Nein. Also, Kor. Nein, ich brauche ein bautechnisches Hilfeproblem. Achso. Hilfeproblem brauchst du. Ich mag dir gerne Probleme. Äh, sprich, dann können wir dir halt... Ich versuche hier gerade, neben meinem Haus ist ja so ein Fluss. Ja. Ich versuche gerade, das Wasser vom Fluss ein Stück mehr in meine Richtung zu bringen. Geht nicht. Doch, es hat bisher geklappt, aber ich wollte so eine Art, ähm, ja, Schneise machen. Aber das funktioniert nicht. Nehme ich mal an. Wenn Wasser, was war, füllt sich nicht von selbst wieder auf. Weil es ist, was da fließt, nur ein Stückchen und dann hört das auf. Ja, ich sehe, das wird gerade weniger. Bei Minecraft hatte man dafür einen Eimer gehabt. Und den Eimer, dann hat man mal Wasser holen können. Und wieder diese, diese Stelle auffüllen können, damit das Wasser weiter fließt. Das gibt es aber leider noch nicht hier. Versuch es mal mit einem Wasserschlauch oder mit einem Trinkbehälter. Dann hast du versucht, dir irgendwas glatt zu kriegen, den ganzen See. Und es gab immer diese eine kleine Krümmung, die du dir nicht hinbekommen hast. Ja. 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 Du hast ein Glück, dass ich so ein Problem nie hatte. Äh, Dex, kommen wir zu mir. Haben wir, ich bin schon im Haus, haben wir überhaupt Holzkohle? Äh, der braucht richtige Kohle, keine Holzkohle. Achso. Guck mal hier rein. Wenn der, den, den, den chromigen Perserving bin. Nein, von mir aus, von mir aus. Da hin? Okay. Oh, cool. Was ist das? Eiswürfel? Ja. Schick. Aber hast du einen Fallschirm gesetzt gehabt? Nein, das geht nicht anders. Das war dieses, äh, du hast ja diese, du kannst das Ding ja drehen. Mhm. Und die Hitbox bleibt immer in dieser Position, das heißt, wenn ich ein Drehen würde, werden das Hinterteil jetzt, wie gesagt, hier. Ah, okay. Obwohl es da vorne angezeigt wird. Okay. Ein bisschen Banane, ne? Ja, ein bisschen Banane. Ähm, haben wir irgendwo Kohle? Ja, müsste eigentlich auch im Schrank irgendwo rumliegen. Hab ich auch irgendwie irgendwelche gesehen. Rechts, ne? Rechts, ne, also, die andere ist mit dir. Das ist Kohle, 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 Kohle. Ta-ra-ra-ra. So. Äh, bin ich zu schwer? Nee. Ich muss ja mal in den Keller, ne? Ähm, haben wir irgendwo einen Firefly zu viel? Ja, ne? Ja, im Haus. Ja. Direkt da, wo du grad warst. Ich brauche Licht. Ich brauche schon in den Converter noch eins noch zugepackt. Kann ich dir nicht... Nein, nicht die Waffe auspacken. Nicht gut. Kann ich die nicht aufheben? Jetzt geht's. Oh, du blöder... Pieeeep. Wolltest du was sagen, Herr Kuma? Nein. Sicher? Nein. Okay. Nein. Oh. Oh, ist der Bohrer geil. Wieso haben die das nicht damals schon bei Minecraft gehabt? Der, warum muss man dafür den ganzen Motz haben? Aber der baut natürlich ein bisschen mega zu schnell ab, ne? Da muss man schon immer aufpassen, was man da baut. Abbaut. Der hat schon wieder zwei geabt. Ein kleiner Weinkehler. Jemand ganz zufällig den Bambustreppen wollte ich sagen, aber okay. Bambustreppen? Wo seid ihr denn schon angekommen? Nee. Irgendwo? Die musst du finden. Die kriegst du als Blueprint. Okay, die Klass-Tür. Ich habe gegen die Klass-Tür gerannt. Nee, die war Gott sei Dank offen. Dreckiger Piranha. Boah, weißt du, dass der dreckig war? Der ist doch im Wasser. Er ist mal ganz, ganz sputtelig also. Aber er ist hinterhältig. Chorken sieht sowas aus. Der hat Erfahrung. Mit dreckig oder wie? Ja, mit dreckig. Ja, mit dreckig. Na, tut mir auch an. Alle zustimmten, was? Ja. Ich habe nicht gelacht. Ich habe nur gelacht. Ja, das ist das Schlimmste. Das ist das Schlimmste. Leid vor. Eigentlich nicht. Oh, hey. Spät, Spät. Ich bin schon in der Höhle gelandet. Wacht mal, das macht mein Bett dazu. Weil der Karn hier einfach durchzuschaut. Ähm, Mettel? Ja. Ähm, hol dir mal ein paar Glasblöcke. Glasblöcke, ganz ja rein. Ich möchte gleich mal was ausprobieren. Für dich wäre das super beim Bauen. Unter Wasser. Oha. Unter Wasser bauen halt. Oder unter deiner Bude halt. Okay, ich bin unruhig. Schnee, schnee, schnee. Da ist mal, wir sind in der Schmelze. Da ist jemand gerade über mir jemand gelaufen. Entweder höre ich da was. Oder ich habe Halluzinationen. Weiß. Wie wäre es mit Halluzinationen? Da sind aber ein paar harte. Die harten von mir färten. Oh. Ja, auch die Halluzinis? Halluzinis. Ja, und sie gehen auch. So, guck mal, wo bist du? Ja, warte, ich komme sofort. Oh, boah. Ich erscheine bei deiner Bude, Sock. Ihr könnt das Glas aber noch umwandeln. Äh, ne, wir haben kein Kupfer. Äh, äh. Ich habe hier Kupfer, könnt ihr bei mir im Keller rausholen. Äh, ich habe hier gerade was ge... Erfarmt. Papp, papp, papp. Gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert. Das ist auch mal so eine... Ach, weil, wo mein Wunen wirst du schon... Ja, genau. Und dann gleich vorne an bin ich. Okay. Oh, so fuhr. Was kann ich das Clay dann gebrauchen? Hm, so wie vor. Hm, was findet man schönes unter der Erde? Ja. Ja, für die F-Tex. Lass von dir. Ich führe mich wieder richtig wohl. Ja. Ich habe ganz gerne immer die, ähm, Pen & Paper Roll Games gespielt. Das schwarze Auge, weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja. Äh, sag mal was, ja. Das macht Spaß sowas. Ich habe auch schon praktiziert. Dann musst du ja... Achso. Und, und, äh, Metal. Mach das mal jetzt da, wo das Wasser runterkommt. Setz die Blöcke mal da. Dann können wir nach hinten hin und rausbauen. Einfach abbauen, oder was? Ja, hier, abbauen. Du hast doch die Glasdinger. Nein. Ich hoffe, nein. Nein? Dann hole ich sie. Du wirst doch welche holen gerade. Achso. Und ich dachte, Metal wäre unterwegs zu holen. Nein, Metal sollst du doch gerade weg holen, sagte ich. Ja, ja. Warte, ich hole die aber dann. Ja, dann baue ich schon mal ab. Wo ist er? Ja, ich möchte mal gucken, ob das überhaupt funktioniert. Nicht, dass das Wasser trotzdem drin stehen bleibt. Ich glaube nicht. Sollte funktionieren. Wäre ganz praktisch. Ja. So dunkel hier unten. Na, 100 Blöcke kann man bei Bereichen. Sagte Bilbo, als er in die Katakomben ging. Ich habe einen Ring gefunden, Leute. Ich habe einen Ring gefunden. Lauf weg, lauf weg. So, jetzt packe ich mal wieder meinen Bohrer aus. Da, Nasenbohrer. Aber ihr wüsstet, wie der sich drehen kann. Links rum, rechts rum. Andersrum. Rechts geradeaus. Du wüsstest, wenn man bohren. Ja. Ja. Du kannst keine Strukturen, in die du setzen hast. Genau. Du kannst kein Glas setzen. Nein, du kannst aber einen Stein setzen und dann eine Kuppel machen. Und dann das Innere dann mit Glas setzen und die Steine unterbrochen abbauen. Ja, aber ich kann das Glas nicht in den Tart packen. Deswegen kann ich es nie setzen. Ach so, Klaas, nein, du musst das umwandeln zu. Mhm. Ja. Gut. Ach, guck mal, hier ist ein 66 Raptor unter deiner Base. Ja, ich weiß, der ist da unten am Canyon. Ja. Der weiß, was ihm blüht. Deswegen kommt er nicht näher. Vielleicht hat er an die Glasfenster kommen. Ach so, doch, die Glas Ceilings und Wände. Ja, genau. Ich habe wohl, ich brauche so einen Kupfer. Ah, okay. Wenn ich hier schon so eine dunkle Stelle sehe, bei Minecraft werden da schon direkt drei, vier Creeper drin gespawnt, wenn man das nicht ausleuchtet. Direkt boom. Scheiße. Der kommt aber immer von hinten, ne? Immer, wenn du dich gerade so umdrehst, aber... Das sind die perversen, ey. Das sind die perversen. Rechtlich. Das sind Reaper. Oh, aber wie. Meine besten Freunde. Du hast Freunde. Ja, tun nur so, als wären sie meine Freunde. Aber ich muss ja übrigens mal den Leuten erklären, die Minecraft noch nie gespielt haben, dass das nicht der Reaper ist, der aus dem Bauch rauskommt in Ark. Das ist der kleine grüne Reaper, der um die Ecke guckt und boom, halt. Reaper. Reaper, genau. Reaper, nicht Reaper. Ja, gut, danke für die Erklärung. Mir hat mich gerade auch geholfen. Ihr wollt jetzt hier einen Reaper haben. Jeepers, Jeepers. Jeepers, 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 das ist aber schon wieder was anderes. Ach mal, ich würde dir noch einen Boden hier unten setzen, vielleicht hast du ein Glück, dass da irgendwo ausreichend kommt. Geh mal da weg. Geh, geht das nicht? Ah, jetzt. Geh, geh, geh doch. Komm, komm. Ah, ich hab's doch. Jetzt. Von wegen, geht nicht. Nee, 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 nee. Also, die gehen hier sogar auf. Das ist ja geil. Das erinnert mich gerade so ein bisschen, das Nee, 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 nee. Das waren doch die... Kennt jemand den Film Pfeivel, der Mausewanderer? Ja. Da sagen doch... die erste Teil. Ich bin sicher, dass du die Tür haben willst. Ja. Was hast du gegen meine Tür? Guck mal da. Was denn? Wo ich stehe. Hä? Du? Ach, das ist doch das kleine Luftloch. Wer heißt? Ich bin nicht so ein Perfektionist am Bauen wie du. Das ist eigentlich kein Perfektionist, das ist ein Pervers... Perverser zum Mist. Gesundheit. Dafür baue ich jetzt den Baum oder den Haus an. Hab ich sogar echt jetzt. Also, der ist weg. Der muss weg. Der Baum, der muss weg. Der klauenst du einfach Dex die Bäume. Außer den direkt vor seiner Haustür. Ich hab den Dex da nebenweg gemacht. Wachsen die eigentlich wieder nach? Ja. Du willst hoffen. Aber ich hab mal die gleiche an der gleichen Stelle. Nicht? Ich mein, hab die Bäume bisher irgendwie jetzt mal an der gleichen Stelle gesehen. Denk ich. Ich hab schon ein paar Mal unterschiedliche Stellen gesehen, aber kann auch einfach sein, dass sie hier so in einem Baumwollens besitzen. Sag mal, wen gehört eigentlich das Fundament neben meinem Haus? Mio. Ach so. Ich baue mir jetzt auch ein Haus. Oh Gott, ich zieh weg. Du bist doch schon weggezogen. Nach oben wohl, die Richtung. Mach mal kleine Hex. Was passiert eigentlich, wenn ich, was passiert, wenn ich da in deinem Block unten abbaue? Du hast ja schon die Schaffung raus. Ja. Das passiert gar nichts. Deswegen, das hab ich mal ausprobiert. Sehr schön gewesen. Alles fällt da unten, dass wir gucken. Das sind nicht ein Haus setzen. Nein! Scheiße! Nein, Sputz! Ja, Sputz-Scheiße! Äh, zu schwer. Ich hab schon auch keine Vollstürungen, wenn da, aber ich besitze Fenster. Boah, ich will mit euch, mit euch die, die, ähm, die Keller verbinden. Macht das einen Untergrund- Organisationsgang, oder was? Ich hab, ich hab ja Minecraft, ähm, mit dem Gray Fox, mit seinem Bruder Automatics, und dem, ich weiß nicht, ob ihr vielleicht den AMD-Fan kämmt, von den, genau, den aus dem, äh, Heinz-1 Let's Plays. Und, das war Mr., Mr., ähm, Lohren-Schienen-Verleger. Ich hab irgendwann die Schnauze voll gehabt und hab irgendwo ganz weit weg auf den Baum gebaut, irgendwo was, und dann hab ich mal unterirdisch gegraben, ich war irgendwie, ungefähr 10 Millionen Blöcke weiter weg. Und dann baue ich nach unten, und was finde ich? So eine Eisenbahnschiene. Ich sag, das gibt's doch gar nicht, ey, du, du hast ja überall hingebaut. Ich glaube, ich in jede Richtung hat die Eisenbahnschienen gebaut. In alle Richtungen, super lustig. Wir hatten uns mal vorgenommen gehabt, weil wir haben jetzt ja von Anfang an gespielt, und als die neuen Biome kam, die hat das Spiel zwar reingebracht, aber du musstest, alles, was du schon, äh, aufgedeckt hattest bei Minecraft, war noch alt. Das heißt, du sehen, erst ab dem neuen Gebiet kamen auch die neuen Gebiete. Und wir wollten unbedingt diese neuen Schneebiome sehen, wir wollten die neuen Holzbäume sehen und auch die ganzen Rohstoffe abarbeiten. Und da wir auf dem, wie heißt das, ähm, Survival-Mode gespielt haben, haben wir dann, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, wie viele, äh, tausende Millionen Blöcke wir eine Lore gebaut haben, in so einen Redwood Forest Wald, um dort die, die Bäume abzuarbeiten und dann mit der Lore wieder nach Hause zu fahren. Wir mussten, wir mussten über, über das Meer, unter, unter das Meer, das war voll lustig. Minecraft ist schon ein richtig cooles Spiel gewesen. Aber ich merke schon, mit dem Bohrer macht mir das richtig viel Spaß hier gerade. Ach, guck mal, wenn es bei dir übrigens unter der Erde so ein bisschen wackelt, kann das sein, dass ich das schon bin? Also ich müsste, ich müsste schon gleich im Meer sein. Vielleicht wird sich noch Wasserstrumpf dabei sein. Das ist kommt bestimmt gleich. Wie oft hatte ich das mit Lava gehabt? Oh nö. Scheiße. Vor allem, ich wollte gerade in der Wand gefunden, dann denkst du, oh, da könnte vielleicht hinter der Wand noch einer sein und dann ist es Lava. Ja. Hallo, mein Freund. Wie funktioniert eigentlich das mit den Saatsätzen? Brauchst du da irgendwie was? Am Wasser einfach. Auch am Wasser? Und das mit dem Leiter hochklettern ist schon auch schon ein bisschen creepy, ne? Ja. Junge, ich brauche gleich eine Treppe nach unten, ne? Ich komme nicht hoch. Ich komme nicht hoch, ey. Jetzt kommt er auch, du Scheiße. Ich fall immer wieder runter. Blöder. Fuck hier. Ich mache jetzt nur die Buchen eine Brutplatte raus. Ah, wieso kommt er nicht hier? So, noch mal so. Ah, ich habe es geschafft. Okay. Gerade noch so hat er es geschafft. Ich wollte schon gerade die Brutplatte abreißen. Mit dem Bohrer. Rrr. Ich brauche einen Schrank. Oh, den brauche ich noch. Ich bin dann wieder runter in den Keller. Ah, ab, wenn ich gerade Du Keller, Kind. Da steht bestimmt sein PC. Pst. Das darf man mal nicht wissen. Und geht heimlich rauchen. Das kann natürlich auch sein. Womach, wenn ich jetzt ganz zufällig an Sascha denke? Nein. Oh Gott. Sascha, es tut mir jetzt schon leid. Ach, äh, Dex, ist, äh, ich glaube, du weißt, das weich, ja, ich spreche dich aus. Sag, was du willst. Ich weiß nicht, was du fragen willst. Nein, äh, geh mal auf, äh, musst dir mal, äh, du brauchst einen Schrank dafür, so. Wenn du jetzt auf den Schrank zugreifst, hast du ja 50 Slits zum Beispiel. Äh. Du willst da jetzt zum Beispiel nur Stroh drin liegen haben. Oder nur Fiber, nur Stein, etc. pp. Also nur dieses eine Material. Es gibt dafür hier einen extra Button. Kannst du sagen, Transfer Same Items. Und nur das da rein, was da schon drin ist. Aus dem Inventar raus. Okay, also ich bin jetzt da drin, okay, und dann? Da steht da, äh, links ist ja dein Inventar und rechts ist der Schrank. Mhm. Und links, du siehst jetzt unten die ganzen Buttons. Ah, Transfer Same Items. Guck mal. Genau. Warum muss das, warum muss das sowas nur bei PixArc geben? Warum gibt's das nicht bei ARC? Ja. Ach, dafür hab ich längstens mit hier einfach alles rein. Dafür hab ich das Lagersystem. Ich hab, es gibt übrigens eine neue Mod, äh, äh, bei, bei ARC, Survival of the Wolf. Die heißt, ähm, Stone Dragon. Ja! Da schmeißt man einfach alles in die Kiste und er räumt das immer weg. Das ist voll gut. Jeder braucht so, so einen Taschen Stone Dragon. Kostet aber. Kostet. Einfach zu teuer. Ähm, bei dem Pflanzenanpflanzen, äh, wie weit? Wasser? 2. 2 bis 3. 2 bis 3. Das geht. Ich hab dir ein bisschen was vorbeigebracht. Hat jemand, ähm, rein zufällig, ein Abarbeitungs- Zauberstab, äh, zu viel? Äh, Nürbach könnt ihr ein Craften, wenn du möchtest. Na, in den Häuser sind bei oben Knochen. Ich hab, wir haben da welche. Ich hab nämlich noch keinen, noch nie, noch nie einen gecraftet und ich glaub, ich bräuchte mal wirklich mal einen, wenn ich es hier bald die wichtigen, tollen Erze finde. Wollte sagen, du sagst mir, wenn du fertig bist, oder? Ja. Hä? Weil es zwei, äh, gleichzeitig kann man ja nicht an dem Ding irgendwas machen. Sofort fertig. Wo kommt mir das Mabel eigentlich immer her? Mabel, ja, ich... Äh, ich schaue. Hm? Was ist da, Höhle? Da ist der Unterstrahl. Okay. Das ist halt ein weiterer Schrein. Ich finde unterirdisch arbeiten voll lustig. Erst recht, wenn man dann irgendwann was Besonderes findet. Ich weiß aber nicht, was gibt es denn für besondere Steine? Wisst ihr das? Äh, besonders. Also, besonders gibt es jetzt nicht direkt, was wichtig ist, ist halt Kupfer, Eis und, äh, Magiesteine. Aber sowas wie Diamant oder sowas wie bei Minecraft gibt es hier nicht oder sowas, ne? Doch. Dorf ist schaapfüste. Genau. Aber hier ist das nicht ganz so aufgebaut anscheinend, dass du, sag mal, äh, abgestimmt die Tiefe, die Sachen du findest, hier findest du biomabhängig, äh, das heißt, in der Magic Forest findest du, äh, öfters halt, die, äh, magischen Steine, in der Lava-Zone findest du auch das Silber und diese schaapen Steine in, äh, in der Wüste findest du gut Quarz und und dann ist das gar kein Problem, dann werde ich eben meinen Keller soweit bauen. Na, was? Dex, geht's dir gut? Naja, ich bau mal nach oben kurz, ich bin doch bestimmt mal schon bei Akku mal. Wenn du bei mir irgendwas kaputt machst, kannst du laufen. Äh, irgend, ich komme mal irgendwo nach oben. Äh, irgend, irgend. Nimm mir meine Beutel kaputt, mach's, hau ich dich so. Nächste Dex, da oben, Akkus Haus für zusammen. One more block, one more block. Da bin ich raus. Aber, aber Akku mal. Äh, dann bin ich aus, dann ist es schon bei. Mach dir nichts raus, ich habe ein bisschen Lava dabei in der Tasche. Ja toll. Du hast, ich will dein Haus nur wärmen. Ja toll, dann schmilzt mein Haus, die Idiot. Ach, das ist, glaubst du doch nur. Das ist alles nur ein Gerücht. Alles nur geplaut. Oh, da bin ich schon. Mal gucken, wo bin ich denn hier? Ich muss das gleich wieder zubauen. Nicht, dass mir jemand meinen, meinen Weinkeller wo ich bin. Guck mal, ich bin bei Akku. Guck mal, guck mal. Guck mal. Mein Kern. Ich muss noch, ich muss noch ein Stückchen weiter, ich muss nämlich das Wasser hier reinlaufen lassen. Oh, wer baut denn hier kommige Sachen zu? Lass das. Das da hinten auch? Ja. Warum? Das siehst du gleich. Ah, okay. Narko hat den Kopf hier Wasser reinzukriegen. You're starving. Ach, scheiß drauf auf starving, Mensch. Essen ist immer bewertet. Denke ich Narko bei Receipt? Ja. Oh. Musst du ein Weichsammel? 1, 2, 3. Ha? Musst du ein Weichsammel? Ja, ja, mach ich aber. Hallo, Rafi, brauchst du was? Hm? Brauchst du was? Ja, 5 Dachziegel, besser noch mehr Dachziegel bräuchte ich eigentlich jetzt wohl jetzt genau überlege. Was will der Zyklop von mir? Knoten. Was ist denn jetzt Knoten gesetzt? Hm? Das ist das Dach. Kommt jetzt. Was sind das für Steine, meine ich? Ähm, Ceilings. Welchen Typ für Ceilings? Kannst du nur als, ähm, Dings, als Dach benutzen. Okay. Äh, äh, ähm, ich kann dir Rocks geben, den Rock habe ich ganz viele. Wenn du nicht mehr brauchst, gerne. Ja, ich habe, äh, ein bisschen da unten gearbeitet. Ein bisschen. Du, mal schön. Zeitlupe laufen. Aber danke. Und der Korb, was ist das denn? Was? Kannst du eigentlich die untere, die untere Säule auch abreißen? Ja, es schwebt dann in der Luft, weil ich auf, äh, normalen Blöcken gebaut habe. Ach so, okay. Ich habe normale Steinblöcke hochgebaut und dann oben eine Plattform Steinblöcke gesetzt und darauf kannst du dann bauen. So, dass du gesehen das Minecraft-Prinzip. Genau. Also gar kein Prinzip. Ja. Im Prinzip ist es kein Prinzip. Anti-Schwerkraft-Prinzip. Sieht ein bisschen freaky aus. Ich werde da was Stelzen wahrscheinlich noch mal runterziehen. Was ist hier unten? Ach so, apropos Stelzen. Sechs? Ja. Ich habe da was für dich, für deinen, deinen Geheimgang, wie auch immer. Wo ist das? Wo ist das? Im Keller. Na, war Gestein. Und was macht der? Was machen wir denn mit? Nichts, nichts, nichts. Als Deko. Wo hast denn den her? Den habe ich in diesem Moment, wie heißt das Territorium nochmal? Doom, glaube ich. Doomland? Ja. Doomlands, genau. Da wo die, ähm, 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 Zyklopen und alles. Wie kommen die wieder abreißen? Also, ich stink nochmal mit der Hacke wieder. Das ist ja wie ein normaler Stein jetzt. Aber der leuchtet nicht oder so, ne? Nö, der hat was diese roten Umrisse, diese Lava-Umrisse. Okay. Schick aus. Was für den Keller halt. Nicht für den Keller nicht. Das werde ich als Boden Bodenbelag nehmen. Oh, der Bodenbelag. Der Boden ist aus Lava. Ah. Ja, ich habe, äh, Bodenheizung. Fuchsbodenheizung. Aber noch so ein Info an Rande, wenn ihr eure Häuser innen drin, also oben rum mit natürlichen Blöcken baut und das kann passieren, dass ihr ja kein Hauszeichen bekommt. Ah. Weil es nicht als Struktur angesehen wird. Warte, dann will ich mal schauen. Skandal. Ne, ich habe ja Ceilings unten. Ja, du hast, du hast Ceilings. Ich meine, zum Beispiel, Dexter hat ja hier in seine Wand Steine reingebaut. Meinst du? Ich kriege das nicht? Ne. Nur will ich das, den, den, den normalen... Ja, sehr wahrscheinlich. Okay. Weil das ist nicht als, äh, Holz, normal Strukturen. Du könntest, sozusagen, Stein umwandeln, Steinbände machen. Wart mit. Ich werde den, ich werde den, ich werde den glaube ich sowieso nochmal umarbeiten, weil ich wollte das komplett aus Holz machen, aber gibt es keine andere farbiges Holz? Doch, gibt es. Darkwood. Ah. Ah, okay. 65, Dex. Aber pinseln, anpinseln könntest du es wahrscheinlich. Ja, einfärben. Watt, watt für Levels bin ich denn? 52. Äh. Da, 52, ja. Ich mache erst mal auf Jagd nach, äh, Kopper. Versuche ich mal Metal da, das fertig zu machen. Ich mache jetzt mal folgendes, ich werde mal ganz kurz in den, äh, in der nächsten Folge in den Tempel nochmal ganz kurz reinhüpfen und werde mal ganz kurz nochmal so ein paar Wandfackeln klauen. Äh, die sind ja nicht mehr da, in den Tempel. Wieso? Warum nicht? Ich freue dich nach, die Wandfackeln. Dann musst du in den, musst du in den anderen Tempel dahinter gehen. Achso. Gamefly-Tempel. Oh, 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 du nimmst einfach die, die wir haben. Wir haben ungefähr noch 60 Stück da, so viel. Achso, okay. Ja dann, bis zur nächsten Folge. Und tschüss. Tschüss.